Schon wieder nix los hier. Ja, aber es ist nix los. Dann fahren wir zu Grove Street. Abzugrufe. Ja, Pizza holen. Melanie, da... Der Eric gibt dir einen aus. Wie nett ist das bitte? Pizza holen. Melanie hat Hunger, habe ich gehört. Ja. Den Magen höre ich bis hier grummeln. Ui, das tut mir leid. Du sitzt ja auch genau neben mir. Warte mal, ich glaube, ich sitze auf einer Katze oder so. Kommt die mir her. Wo kommt denn die Muschi her? Ne, das ist die andere Frage. Lebt die noch die Katze? Trau ich ihm mal, ob sie noch lebt. Oh Gott. Melanie, hau ihm mal eine. Mann, ich grabe mich. Ich überleg grad, ob ich die Muschi oder die Katze streicheln soll. Beides. Was ist mit ihm los? Guck auf die Straße, Eric. Eric, guck auf die Straße. Und wo fang ich da an? Eric. Was ist mit ihm los? Guck auf die Straße. Und wo fang ich da an? Eric. Was ist los mit ihm? Wir sind jetzt alle so über mich. Und ich dachte, ihr seid anders als der Otto. Der Unterschied ist, Melanie, dass wir nicht dich auslachen. Wir lachen mit dir. Ich lach doch gar nicht. Oh, okay. Das war doch nur eine normale Frage. Okay, Melanie lach auch nicht. Mach das gerne so wie nach so einem Ikea-Katalog oder so einem Aufbauplan.